ARD Text im Auftrag von Funk Er ist beigetreten, niiice Wieso werden wir die Punkte grad geladen? Ohne Punkte? Ich hab gar nichts gemacht Hahaha Demokratie, warum lebt das Symbol? Aufmöchtet ihr doch nur Punkte Hahaha Oh, das Band ist alles Warte, das Band ist alles Ja, und die Gefallenen sind verzweifelter denn je Oh, 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 oh Bin mir schon mal gut an Warum nicht die Shirtgun, ihr Idioten? Oh, Legengram Hallo, ich hab mir euch Ist Gefallene, Freunde? Okay Wie? Du wechseln nicht auf die anderen Seite, ne? Warte Du brauchst unbedingt eine Solar-Konate Du schreist dich danach Fui spieler ist nun jetzt unsichtbarer die auf kommando Ich habe Rasserei schon. Nice, das ist die beste Waffe gegen Schaar, das habe ich. Zumindest weil es im Live-Ergene geht. Spielerserie, Zyklus des Lichts habe ich schon, Rasserei, Strähne, das überspringt schon gerade die Faktoren, Serie, Ok ein paar Fähigkeiten muss man schon ersetzen hier. Leuchtend. Dann tritt er mich nicht. Oh jetzt geht es rund bei mir. Das legt dein ganzes Leben zurück. Konzentriert das vor einer Verstrickung und alles. Wir haben 25.000 Punkte allein jetzt schon. Wow. Wow. Das Kosmodrom wird zu einer Brutstätte für die Schaar und Siva. Da ist so viel schwere Munition, du kannst dein Leben nicht verdienen. Die werde ich jetzt auch einsetzen. Oh, der Japaner ist gestorben. Warte. Wow. Serie habe ich schon mit der Schaar. Regenbogen, nice. Rasserei habe ich. Oh, oh. Da kommen ein paar. Unsere Barrierewechsel. Ah, ich brauche jetzt Positionen. Schwer rein. Oh, da geht es zu bei mir. Bei uns hast recht. Wir kommen gleich wieder. Das war der beste Führschuss. Ich werde noch einen nehmen. Irgendwärts habe ich volles Schwert. Awesome. Auf. Der Typ vom Umtriff bin ich gerade. Ah ne. Ah. Pass auf, das Stützfug im Teil ist irre. Wow. Ja, ich hab so viele getroffen. Der ist runter geflogen sogar, der Typ. So, super. Und let's go. Ich hab so die ultra schnelle Granatenaufladung. Uh, schön mit Scheiße. Ich brauch nur mehr Sphären. Unten liegt extrem viel. Ich brauch nur rumgehen. Wieder volle Super. Jetzt wo du dich aufgewärmt hast, machen wir uns auf die Suche nach Omnicool. Uh, schön mit Scheiße. Das Problem ist, jetzt hab ich keine schwere Synthese mehr. Jetzt muss ich warten. Ich hab keinen einzigen Schuss mit der schweren Waffe, weil ich jetzt alles versaut hab. Die Firma hat 42.000 Punkte. Wir haben fast Silber. Ich hab da, was ich gerade besuchen. Ich hab das in der Schären. Doch. Ich hab das in der Schären. Ich hab das metros gefangen. Serie Au Ich werde mir jetzt einen Scheiß wiederbeleben Es gibt nämlich keine Sphären hier Es sind noch ein paar Exploder Kommt erst zu mir, weil ich bin 9 Sekunden weg Da draus ist noch ein Ritter, aber das ist ein Roter Der kannst dich ignorieren, geh einfach zu mir Thanks Hau ab von meinem Freund Schockern hat nämlich zu die extreme Reichweite und die Topmassung Irgendwann ist sie schwach Jetzt habe ich fast gedacht, der ist inaktiv Schau mal, der Debt 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 Schau mal, das ist aber nie mal 2 verlangsamt Ah, ich warte lieber auf die Typische von Ich kann nicht glauben, dass aus diesem winzigen Unterkiefer solch eine Stimme tört Es ist nicht mehr als Versprechung Für die Stimme tört Schau mal, die Stimme tört Und dafür kommt die Stimme tört Sprengwaffe mit Sprenger. Achtung. Ich bin so gut wie im Arsch. Vorrücken. Da kommt ein gelbe Ritter. Ha, hat er nicht gebraucht, der Panzer. Was machst du hier auf? Entschuldigung. Wir rücken richtig vorne. Ach, der ist der Grenade. bei mir ist nur einer ne der ist neben mir wo der ist dahinter mir hab ich schon gewundert ich wollte schwere money wartet auf mich ich muss noch lang mich schon wenn du nicht staubt und nebel da nicht mehr ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme es versiegelt warte ich habe beitritt das ist richtig laut ich bin jetzt war und ich muss noch schwierige derzeit ich bin nämlich ein omni gold, weil ich hab ne akkuswaffe ich muss mal nicht schnell schnell werden Peter gefallen waaauauau Salus Super ist halt meine noch die beste Waffe die man haben kann wow Wenn ich schon die Strähne habe. Ich will weg. Um den Dickel weg. Den Dickel habe ich wieder belebt. Verbrennung. Weg, Achtung. Stärkung. Oh, jetzt habe ich ja im Dickel. Ich habe ja im Dickel weg. Hauptsache. Alles wird kaputt. Gerade hier dritte oben. Kein Problem hatte ich. Wetter weg. Du, all mit der Shotgun. Ich habe in der Mundi. Okay. Jetzt bauen wir nochmal fett. Ich wünschte, ich könnte euch helfen. Oh, habe ich es sogar. Es ist also gesprengt. Okay. Warte. Ich habe Angst, wenn ich raufgehe, dass die mich nachkappen. Oh, oh. Ich habe ihn überlebt. Oh. Ich habe ihn überlebt. Oh, oh. Schau mal, wo der Bogen ist. Der ist irgendwo oben in der Luft. Schwere Waffenserie, Raserei, Regenbogen, so leicht geht das bei mir heute, bräuchte schwere ja warte ich brauche warte ich habe mich auch das steht aber ganz weit vorne ich habe noch wiederbeleben also hat einfach mal oder das leere mg gibt es alles mit dem titan gemacht und da war der schlechtste karakter so leicht waren die beutezüge wie die war unnötig wir wollten ein video machen denke ich mir so ja ich habe die beutezüge und dann möchte ich merkte die sind aber so leicht ich brauche hier niemals die beutezüge ok fass mich wieder mit dankeschön achos schau dich weg wieder in der mitte oder ja achos achos ich habe heilige scheiße die stärkung konnten da wieder ja das ritter sprenger von grüne money da liegt welche aber ich kann nicht hin weil ich bin nicht tot oh 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 genuss lang da legger ich gleich nicht gleich lediglich durch nein keine ich ie tut ich weiß für mich mit xx zurück und auch ein paar punkte sonst es geht keine weiteren gold oder hier ist das geletz schlüssel ist nicht mehr und er ist musste kein finger an solltest du ihr sagen sie benutzen was haben wir angestammt der untergang um die kohls reifen muss neues und stelle vor ich sogar volle money schwere so ist einmal umzuspielen zu dritt natürlich nicht immer solo du kriegst die neue rüstung ich war immer was neues und krieg immer den alten bullshit sich dass ich gemeint diese münzen ich hasse diese münzen als belohnung ok dabei danke